Meine Damen und Herren, unter dem Motto, packt die Badehose ein, werden viele von uns in den nächsten Tagen in den Urlaub fahren, in den wohlverdienten Urlaub. Die einen fahren in den Süden, die anderen fahren in den Norden. Aber bei vielen dieser Angebote gibt es ja so genannte All-You-Can-Eat-Angebote. Also man kann beim Frühstück zum Mittagessen und am Nachmittag natürlich auch noch einen kleinen Kaffee nehmen und abends ein großes Abendessen. Wer eine Schiffreise macht, da kann man die ganze Nacht essen. Also das ist etwas, was viele Leute auch genießen. Sie sind im Urlaub, sie können sich erholen und sie können auch mal so richtig schlemmen. Das böse Erwachen kommt nur, wenn man vom Urlaub zurückkommt und sich dann auf die Waage stellt und plötzlich erkennt man das Gewicht nicht wieder. Das ist deutlich höher, als es war, als man losgefahren ist. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie kann man diesen Urlaubsspeck irgendwie verhindern? Und dazu gibt es jetzt gerade eine ganz aktuelle Studie aus den USA. Dort hat man Personen, 111 Personen, aufgeteilt in zwei Gruppen. Die einen haben vor ihrem Thanksgiving-Urlaub, das ist in den USA ein großer Feiertag, Thanksgiving kennen wir gar nicht. Das ist im Herbst und da reist man zu den Familien, wenn man in den USA ist. Bei Thanksgiving ist es wie bei Heiligabend bei uns. Und dort wird natürlich auch heftig gespeist. Und da hat man bei diesen Personen, die hat man aufgeteilt, zufällig in zwei Gruppen. Die eine Gruppe, denen hat man gesagt, fahrt in den Urlaub und kommt wieder. Und man hat sie vorher und nachher gewogen. Und die andere Gruppe, denen hat man eine Waage mitgegeben. Und das war eine spezielle Waage, die hatte so Bluetooth, hatte Anzeigen. Und da bekamen die Personen angezeigt, wo ihr aktuelles Gewicht ist. Und die bekamen die Aufgabe, sich einmal pro Tag morgens, kurz nach dem Aufstehen, mit immer der gleichen Kleidung, auf diese Waage zu stellen. Und ja, am Ende des Urlaubs wurden alle dann gewogen. Und das Ergebnis war interessant. Diejenigen, die die Waage mitbekommen hatten, hatten überhaupt keine Veränderung des Gewichts. Das war plus minus null. Und bei der anderen Gruppe war eine Gewichtszunahme von über zweieinhalb Kilo der Fall. Also so ähnlich, wie es wahrscheinlich auch bei vielen im Urlaub ist. Ja, was können wir daraus lernen? Wenn Sie wirklich den Urlaubsspeck vermeiden sollten, dann sollten Sie nicht nur das Motto haben, pack die Badehose ein, sondern pack die Körperwaage ein. Vielleicht ist das ein guter Ratschlag für Sie. Auf alle Fälle wünsche ich Ihnen gute Erholung. Und versuchen Sie bei All You Can Eat ein bisschen kürzer zu treten. Alles Gute, gute Reise, eine rezeptfreie Zeit. Ihr Stefan Martin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.